Wir sind Miao Miao und wir machen mit bei Gesichter Bonds, weil wir die Idee wirklich gut finden, weil wir auch ein bisschen stolz sind, dass wir gefragt wurden und daran teilnehmen dürfen und weil wir uns sehr auf die Ausstellung freuen und gespannt sind, wie die anderen Gesichter Bonds so aussehen und wir gerne in Bonn leben, gerne ein Teil von Bonn sind und deswegen auch gerne ein Teil von der Ausstellung sein möchten. Würdet ihr da zustimmen? Ja!